Wir sind gerade auf dem Weg Richtung San Francisco. 3, 2, 1 Grüß Gott, alle miteinander. Ich bin der hintere Fahrersitzer, Saudi. Wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg nach San Francisco. Letzten Tage war Yellowstone Nationalpark angesagt. Wir sind nicht ganz im Zeitplan, aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Ritchi, jetzt unser Fahrer, wird einmal Ritchi zeigen. Hat jetzt die ehrenvolle Aufgabe Nisten. Kleine Korrektur, wir sind im Zeitplan. Sind wir nicht, aber wir versuchen es rauszuholen. Genau. Ok. Soviel erstmal. Stefan, wir sind hier schon in Gefahren. Was sagst du dazu? Ja, es war eine schöne Fahrt. Schöne Landschaft, alles toll. Wie bist du zurecht gekommen, wie fandst du die Eindrücke? Also bergauf lässt sich ganz gut fahren. Bergab ist irgendwie scheiße. Top Auto. Macht echt Spaß. Hier hinten liegt noch jemand. Ja, ich blende mal noch auf unseren letzten Passagier. Der hat sich etwas verkrümelt, um zu erholen. Endlos Respekt für uns. Esch Traumfahrt. Ich möchte auch was sagen. Christian möchte noch was sagen. Ja. Scheiße. Wir haben uns nicht. Wir haben uns nicht. Wollen durfte ich jetzt früh nicht dusen. Wenn das riecht man. Alles klar. Ok, ich möchte als letztes für das Protokoll jetzt noch sagen. Wir haben uns nicht kurz gefüllt.